was ich habe doch gerade jemand gehört hallo wer redet denn da ich schätze mal der dem dieses pferd gehört hört sich aber ein bisschen an als wäre der in einem kampf aha okay ja wollen wir reingehen ich meine wenn wir schon mal da sind und ist noch mal eine tür vielleicht machen wir doch keine quest sind das feinde hallo die sieht mich aber ja sind feinde nein hier will ich nicht sein ich will ich will mit vampir nichts zu tun haben ich wollte sie nicht stören ist es tut mir leid ich will nichts mit vampirn zu tun haben nee 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 wir machen hier mal schön wieder zu dann hat sich das erledigt toll unter dem liedelein zigarette angezündet nicht mal gezogen jetzt ist er aus ich bin da sind da plötzlich vampir ich bin auf einer pilgerreise zum schrein von azura der göttin der dämmerung wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet er hat lavendel dabei dämmerung ganz klaren vampir ich lass mich nicht verarschen also nicht mit mir auch ein bisschen trostlos hier wir haben schon freundlichere orte gesehen hier ist halt nicht so schön so da drüben müsste falkenring sein ich gucke mal können wir eigentlich schnell hin also schnell ich glaube wir müssen über die berge vielleicht lassen wir es ja auch so hier ist noch mal ein hügelgrab da schauen wir uns auch an die sind tot und ich sehe da drin was ähm kannst mal aufhören hallo bist du irgendwie doof lass das du dreckigen da schiebt er mir seine äste zwischen die beine also wirklich ekelhaft aha nehme ich mit nehme ich mit waren ja sowieso meine so kann ich mir jetzt hier bitte diese banditen genauer ansehen ja kann man machen muss man aber jetzt nicht unbedingt sag mal wo geht es denn komme ich da auch irgendwo rein oder war es das schon ist hier sonst nichts das kann ich mir nicht vorstellen da muss doch noch irgendwas sein die setzen doch hier nicht einfach eine irgendeine ruine hin und das war es dann ach da wäre ich auch reingekommen cool oh ja siehste verzeichnis der waffenverzauberung ich sehe da nicht mal ein buch aber ok hm nehme ich mit so ein trüchen ja nehme ich nehme ich kannst du behalten brauche ich nicht kaiserliche pfui schmutz also eigentlich alle ich glaube ich werde hier einfach so eine eigene Partei gründen und dann ziehe ich gegen alle in den Krieg so haben wir hier unten da ist ein kleiner Tümpel und es wird langsam Nacht ich weiß nicht ob man hier nachts auf der Straße sein sollte ich meine ich bin allein so wo geht es hier hin ich lass mich von allem ablenken das ist wirklich schlimm aber so bin ich eben wo führt dieser Weg hin zum Fuchs ok was haben wir hier sieht mir auch sehr ruinig aus fest und bruchzahn ok die sind uns glaube ich nicht unbedingt wohlgesonnen oder der wird uns bestimmt auch angreifen oder auch wenn er ein Schmied ist ich schalte die jetzt einfach alle aus ist mir egal wo singt der denn dieser dieser Org ok ich laufe mal außen rum zwei haben wir schon mal weg das ist ja auf jeden Fall ein guter ein guter Anfang ok ok waren die vielleicht gar nicht grundsätzlich böse und was wenn doch ich bin friedlich ok ok also ich kann machen was ich will das interessiert ihn sowieso nicht der wird auf uns schießen der Bogen ist nice ach da ist ja noch einer den habe ich nicht gesehen du so haben wir die beiden Orgjäger ich durchsuche mal seinen Bogen ah Dietrich Elchfeld ich nimm es mal mit das kann man bestimmt für Rüstung brauchen ok ah 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 Eisenpfeile ja Eisendolch nein so der hier oben ist er runtergefallen der ist bestimmt runtergefallen sag mal wo ist der denn er war hier oben ja weiß ich nicht einen haben wir verloren kann ja mal passieren hoffentlich vermissen keiner so dann haben wir hier oben jemanden ausgeschaltet der Pfeil steckt in seinem Köcher daran ist er gestorben Dinge geschehen der hat aber sonst auch nichts interessantes dabei hier der Schmied vielleicht irgendwas hübsches auch guck mal wie er da liegt und schläft nehm ich nehm ich ich hab schon wieder irgendeinen Müll mitgenommen ich hab's gesehen ja komm wird irgendwann wieder auftauchen liegen hier vielleicht irgendwo barren ich mag barren da geht's rein da geht's rein ist hier noch was versteckt Bücher die ich einfach mitnehme ok es war bloß 1 sah nach 2 aus beschädigtes buch brauchen wir nicht dann wollen wir mal still und heimlich und die sehen mich nicht mal wie blind muss man sein warum sehen die mich einfach gar nicht oder muss ich mich wohl verhört haben sag es ich war sicher ich hätte etwas voll gut ja komm geh wieder auf deinen platz hallo was ach jetzt sag mal hör auf dich zu bewegen ich rasch gleich aus komm runter jetzt nö 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 alles gut da schmeißt er vor schreck seinen Bogen weg das passiert dem besten das könnt ihr behalten dieb der tugend mhm nehme ich sehr gerne mit ah mit den beschädigten büchern so traurig ich wüsste so gern was da mal drin stand warte mal brauche ich Stroh nicht für ne das war Weizen ich brauche Weizen für Tränke sag mal ihr habt hier gelebt wie junge Götter das ist nicht mal hässlich hier ach unter den Tisch getrunken mhm ich meine auch wenn sie nicht viel besessen haben aber sie hatten es schön dicker fetter Geldbeutel der leider trotzdem sehr leer ist beschädigt das Buch Kaiserreich Berencia ah ne Berencia warum sag ich immer Berencia Basic nicht habe ich mir irgendwie angewöhnt und jetzt ist es halt so oh hier gehts weiter vielleicht noch mehr morden alter was bist du denn Gunzul Gunzul mit dem Hammer Alter der hat ein yo der hat ein Feuerhammer ja ist wohl weggelaufen ja ist wohl weggelaufen was was ist er denn der schlechte oder was ach cool ach cool waren bestimmt Geschwister haben sich gleich angehört was ist er denn für einer du kannst doch wenn am Anfang solche Lobobs sind nicht so einen am Schluss hinsetzen weißt du wo ist denn da der Vergleich warum habe ich warum habe ich jetzt warum ziehe ich die jetzt auch noch an so hier ja auch nix so hier nix übersehen das hatten wir alles du hattest glaube ich gar nix genau ich glaube da müssen wir uns schon irgendwie gut anschleichen dass er das halt nicht mitkriegt ich sag mal ungünstig ne sehr ungünstig ja Rätselbücher nehme ich dann mit wenn ich aufs Klo muss Varenzia mhm roter Adler finde ich das Schwert des roten Adlers oh super jetzt können wir hier noch eine Quest warum kommt er jetzt ich höre seine Schritte ich traue mich nicht gucken der ist doch gerade aufgestanden ich habe es doch gesehen ist da jemand alter der ist overpowered des Todes ich will hier weg oh mach auf alter wer ist er denn wo kommst du jetzt her ja gucken ging ja aber Flüchtling es tut mir leid ich habe aus Versehen ein Flüchtling erschossen es tut mir leid ich habe aus Versehen sorry hey den schaffe ich im Leben nicht aber ich möchte mich natürlich eines besseren belehren und das werde ich mit Sicherheit bereuen wenn überhaupt mit viel ausweichen alter der keine Chance keine Chance das lass mal lieber mal der ist ja mal an das krass drauf hui ui 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 uy ui 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 nö ún nö das ja mal voll die maschine soll dahinter müssen wir eigentlich auf den berg glaube ich ja ich weiß halt nicht wie ich da hochkommen keine ahnung da gibt es bestimmt irgendwo ein weg ja vielleicht hier so ja ich weiß nicht keine ahnung wieder hochkommen aber irgendwie wird schon klappen dann laufen halt mal ein bisschen querfeld ein aber was war er denn für einer weiße da haben sie nichts böses vorne also körper klaus und da kommt der was seid ihr seid ihr freund oder feind oder seid ihr jäger oder hallo natürlich klar doch warte mal wartet mal kurz was ist denn heute los genau er ist bestimmt bloß weggelaufen wisst ihr was ihr könnt mich Junge da krieg ich plack dann schleiche ich mich halt doch wieder an und baller die weg also sowas tun ganz unschuldig doch dann so irgendwo hier war ein weg okay das ist bloß eine hase alter sie wird mir glaub ich als ja klar was ist denn heute los wieso wollen mich alle töten ganz ehrlich das ist doch scheiße weil da habe ich gerade eine stimme gehört ich werde völlig bekloppt ich werde völlig bekloppt junge so was könnt ihr doch mit mir nicht machen da krieg ich doch angst ich kann heute nacht wieder nicht schlafen was ist dies für ein suspekter ort eis herbst okay hat mich aber im mond sogar nämlich mit wer weiß wofür wir es brauchen wie eklig ist das hier wo bin ich also vermutlich ist es ein graf okay kann man machen muss man nicht unbedingt also für die zukunft wissen wir die straßen himmelsrand sind nachts nicht sicher ach gott und das hesen haben sie erwischt auch nicht lassen liegen der arme viech also wirklich wie herzlos kann man sein so ein süßes kleines häschen also so nicht irgendwo da hoch soll ich glaube ich halte augen und ohren offen weil ich jetzt wirklich angst habe hinter jeder ecke lauert da was ich hätte ihn wohl nicht mal berührt ach da ist noch einer ja wisst ihr was ach so der wollte wahrscheinlich gerade eine kneipe 3 september bei 5 bereichs was ist das warum brennt es dort hey yo was sind hier passiert cool wurde schon geplündert pferd ach so jetzt habe ich das fleisch mitgenommen da wollte ich nicht egal ich wollte eigentlich bloß das fell ja das schaut so aus als wäre hier überfallen worden noch irgendwas ja eine schöne kiste mhm 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 ein paar äpfel für unterwegs weil ist ja auch gesund die milchrand ist manchmal schon so ein bisschen erschreckend muss ich ja sagen aber ok ach so da ist ein stein mhm 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 irgendwie muss ich glaube ich da hoch da schaut das hier aber mehr nach weg aus hier geht es ja bestimmt auch gleich nicht weiter oder Fragezeichen jetzt muss ich den Berg runter obwohl ich doch hoch will ach ne ich muss gar nicht hoch ich muss bloß hier runter kommen ohne zu sterben Tanne klappen muss nicht ist hier irgendjemand voll cool hier gefällt mir